Samuel Walser 2 zu 1 Sieg in Davos. Die Erleichterung war gross, als es vorbei war. Ja, sicher. Wir brauchen diese Punkte. Es ist schön, dass wir jetzt wieder einmal über dem Strich sind. Ich glaube, wir müssen jetzt dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir müssen einfach schauen, dass wir diese Punkte holen. Alles andere ist egal. Es gab eine Zeit, als es 2 zu 2 stand und Anzeige war. Dann ging es Minuten lang, bis es wegen einem Offside nicht so war. Wie habt ihr das auf der Bank miterlebt, diese Zeit? Ja, wir haben gesehen, dass der Schiri rausgeht. Wir haben ein Video konsultiert, was relativ viel gibt. Wir haben gewartet. Wir haben es gesehen auf der Bank. Wir haben ein kleines iPad. Wir sehen es relativ schnell. Danke vielmals. Danke auch.